Hallo, schön, dass du hier wieder reingeschaltet hast zu einem neuen Infovideo, denn es gibt News. In der Pen-Paper-Szene gab es ja einige PDFs, wir sehen es hier oben im Banner bei Pegasus Digital, unter anderem 25% auf PDFs reduziert, viele, sehr viele. Und es gibt das Grundregelwerk zu Cthulhu, 7. Edition und Shadowrun, ich glaube das ist 6. Edition gratis. Jetzt habe ich gerade in Twitter verfolgt einen Tweet von Pegasus Digital, also wenn ihr gerne auch solche Informationen gerne bekommen wollt, dann folgt mir doch einfach mal unter dem Video auf Twitter. Dort teile ich immer solche Informationen und ihr habt dann quasi das alles relativ schnell auf eurem Handy oder sonst wo. Würde ich mich sehr freuen. Auf Twitter mache ich auch gerne mal eine Umfrage oder diskutiert oder redet mal über dies und das. Und jenes. Das ist immer ein sehr, sehr schönes Medium ab und zu mal. Und da habe ich jetzt gesehen, da ist wieder etwas gratis für euch dazugekommen. In dem Fall sind es jetzt keine Pen-and-Paper-Rollenspiele, aber vielleicht ist das eine oder andere dafür geeignet, um im Pen-and-Paper-Rollenspiel eingesetzt zu werden, um quasi ein kleines Spielchen, die Atmosphäre ein bisschen zu verändern, verbessern oder ja, kleines Rätsel ist immer gut. Gut. Es sind verschiedene Sachen im Angebot. Wir schauen uns die ganz kurz an. Das wird jetzt hier kein 10-Minuten-Video. Ich denke mal so 5-6 Minuten und sind wir hier durch. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr es komplett schauen würdet, denn nichts ist schlimmerer für einen Kanal, wenn ihr nach einer Minute immer ausschaltet und dann denkt YouTube, das ist unrelevant. Also das ist der ganze Kanal und das ist schade für meinen Kanal. Also als erstes gibt es umsonst hier ein Partyspiel, das haben auch die Rocket Beans schon gespielt. Das heißt BAM, das unanständig gute Wortspiel, nicht unter 16 Jahren und ihr seht auch schon 4-10 Spieler, also mindestens 4 Spieler, denn ein Spieler ist immer der Master oder Meister und die anderen, die sind dann quasi die Spieler. Ja, so. Man zieht dann eine Karte, auf der steht ein Satz und das wichtigste Wort ist dann immer mit einem BAM ersetzt. Viele müssen jetzt versuchen, dieses BAM-Wort quasi zu ersetzen. Jeder ersetzt dieses Wort und man sagt es dann der Reihe nach und dadurch bekommt der Satz natürlich immer eine ganz andere Bedeutung, eine lustige Bedeutung, eine tiefgründige Bedeutung, was auch immer. und der Master entscheidet dann, was am geilsten war. Das ist echt so ein schönes Partyspiel und ja, es wird hier immer der BAM-Master genannt und es wird immer BAM ersetzt. Dazu gibt es noch, also das ist gratis als PDF zu bekommen, ihr könnt es dann runterladen, ausdrucken auf Kärtchen und dann benutzen. Dazu gibt es jetzt noch die zwei Expansions, sag ich jetzt mal, BAM extra hart und BAM, ihr habt es so gewollt, könnt ihr euch ausdrucken. Oh, hier, siebte C, bezahl so viel du möchtest, noch mal eine Landkarte. Ja, sowas, da werde ich auch noch mal in Ruhe gucken, was es da noch so gibt. So, dann gibt es noch umsonst Brains, Schatzkarten, eine Schatzkarte. Das ist ab 8 Jahren und dauert so 5 bis 20 Minuten. Finde ich ganz spannend für die Rollenspielgruppe, denn man kann dann diese Karten ausdrucken und es gibt feste Regeln, wie diese Karte ineinander gepuzzelt werden darf. Das findet ihr dann in der Spielanleitung. Ist auch für einen Spieler gedacht, beziehungsweise man kann dann mit einer Spielergruppe, die dann diese Kartenteilchen überall zusammen spitzen muss, kann man das dann auch spielen. Die müssen das dann zusammenlegen in der richtigen Kombination und müssen quasi in einem alten Wissenshort irgendwo in den Unterlagen wühlen, wie man hier die Schatzkarte richtig liest und so weiter. Und dann sagt man hier, ihr Spieler, hier habt ihr die Karte, puzzelt das Ding zusammen, ihr habt jetzt, sagen wir mal, 10 Minuten Zeit. So, also das Ding ist auf jeden Fall eine schöne Sache, gibt es dann auch gratis zum Download. Dann habt ihr hier Undo, Undo, macht es ungeschehen, verbotenes Wissen. Das sieht mir sehr, sehr nach einem Ding aus, was man unter Umständen in der Cthulhu-Richtung benutzen könnte. Allerdings ist hier die Zeit 45 bis 90 Minuten, dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass man das dafür nutzen kann. Aber es ist für die Familie gedacht, also es ist ein schönes Spiel jetzt gerade für die Zeit, wo wir viel daheim sind und so weiter. Einfach schön runterladen, umsonst ausdrucken, vielleicht noch Pegasus ein Dank schreiben und dass sie es umsonst reingestellt haben, ja, vielleicht ein paar Stunden irgendwie damit füllen. Und als letztes noch hier, das ist wohl auch eher ein Kinderspiel, ab 8 Jahren auch. Es ist auch wieder für die Familie gedacht. Zwei Spieler, Dragon Master heißt das, da muss man dann verschiedene Drachenkarten sammeln, die dann einen gewissen Drachen ergeben von der Stärke her und so weiter. Und ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass man Helden in einen Dungeon oder sowas schickt und sie müssen den erkunden und ganz nebenbei finden sie immer so Kärtchen, also quasi so Runentafeln. Und am Ende, je nachdem wie viel sie erkundet haben, wie viel sie freigeschaltet haben, vielleicht hatten sie auch an der einen Stelle Glück und dann haben sie dann ein Drachendeck und müssen dann damit versuchen, irgendwie den Drachen vom Spielleiter zu besiegen. Fände ich schon mal ganz interessant, der Spielleiter ist dann natürlich irgendwie ein Djinn oder ein Dämon oder irgendwas oder ein Drache und so kann man dann mal vielleicht auf eine lustige Art und Weise so ein bisschen so einen Kniff in so ein Rollenspiel reinbringen. Je nachdem wie das Spiel ist, ob das jetzt sehr leicht ist oder schon ein bisschen anspruchsvoller, kann man halt gucken, ob es das lohnt. Jo, jetzt haben wir schon einiges gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Zeit verkürzen durch meine, ja, investigative Gratis-Rollenspielarbeit. Wenn ihr euch das gefallen hat, gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Und ciao.